Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Social Media Marketing Podcasts von socialgenius.de. Social Media Marketing relativ leicht gemacht. Heute zu Gast an der Sendung ist Daniel Fürck. Wir sprechen mit ihm über seine SMUG Veranstaltungen, Matt Groening, George Lucas und was Presse mit Social Media zu tun hat. Ich bin der Christoph. Und ich bin der Mike. Und das ist eure wöchentliche Show rund um die sozialen Medien, Online Marketing, Community Management, Web 3.4.5.0, Google, Apple, YouTube, Twitter, Facebook und wie sie alle heißen. In kurzen Interviews stellen wir euch wichtige Themen und Personen aus der Social Media Welt vor. Egal ob ihr interessierte Einsteiger, Marketing Veteranen oder Geschäftsführer seid, wir liefern euch kurzweiliges Hirnfutter rund um Social Web. Und da dies ein relativ neuer Podcast ist, ist uns euer Feedback umso wichtiger. Hinterlasst uns auf iTunes eure Rezensionen und Bewertungen. Und wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf eine der vielen Plattformen abonniert, sei es iTunes, Stitcher, via RSS-Feed oder auf YouTube. Heute haben wir uns Daniel Fürck in die Sendung geholt. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Fürck Media, berät Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Kommunikationsstrategien. Zudem führt er den Blog Social Secrets, der über die aktuellen Entwicklungen in den digitalen Medien berichtet. Wir werden mit ihm heute über seine SNMUG-Veranstaltungen sprechen und wie er zu Interviews wie zum Beispiel mit dem Vater der Simpsons, Matt Groening, kam und was das alles mit seinen ersten Gehversuchen im Social Web zu tun hat. Weiterhin wird uns Daniel erzählen, wie er den Presseclub und Social Media kombiniert. Und es kommt erschwerend hinzu, er wird uns erzählen, warum er die Münchner Social Media Szene in eine Tram quetscht und durch München fahren lässt. Genau. Und kennengelernt haben wir den Daniel nämlich auch auf einer seiner SNMUG-Veranstaltungen mit der Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär in der Niederlassung in München. Und ohne, dass wir jetzt weiter abschweifen, geht es direkt los. Ich sage herzlich willkommen im Podcast, Daniel. Hallo, vielen Dank. Ja, schön, dass du es heute geschafft hast. Ja, freut mich auch. Erzähl uns doch einfach nochmal ganz kurz, für was steht denn eigentlich Hashtag SNMUC? Der Hashtag an sich steht eigentlich für Social Network Munich. Ist irgendwann mal aus der Idee heraus entstanden, dass wir eben so eine Veranstaltung in München machen wollten. Und ja, das Ganze ist ja aus dem Umfeld von Social Secrets heraus geboren worden. Und dann haben wir uns gedacht, so eine Art Social Network im Offline-Leben und das Ganze auch noch in München. Und dann ist SNMUC entstanden. Und das Ganze führen wir ja dann jetzt dann auch noch weiter in Hamburg mit SNHAM und SNBER in Berlin. Und ja, so ist dieser Hashtag entstanden. Ich glaube, da gehen wir auch gleich, nicht gleich, aber in Kürze noch detailliert darauf ein. Vor allem, da du sagst, das expandiert so rasant, ist das, denke ich, ein Erfolgskonzept, auf das man definitiv nochmal zu sprechen kommen sollte. Mir hat es super Spaß gemacht, muss ich auch nochmal sagen. Ja, mir auch. War ein großartiges Event. Viele interessante und nette Leute. Die Location war großartig. Die Frau Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär hat auch einiges Interessantes zum Thema Social Media und Politik von sich gegeben. Es war ein gelungener Abend. Bisschen voll war es, wir mussten uns in die Ecke quetschen und daher haben wir uns auf jedes Foto, glaube ich, gequetscht, weil wir so direkt neben der Bühne saßen. War ganz gut für uns, publicity-wise. Von daher vielen Dank dafür, dass ihr so wenig Stühle hattet und wir uns da quasi auf die Bühne drängen durften. Gerne, gerne. Ja, Daniel, du hast, du initiierst Unmengen an Projekten, wie wir gelesen haben. Wir haben uns natürlich ein bisschen über dich kundig gemacht und uns sind einige Seiten, vor allem Internetseiten, sind uns da entgegengekommen, zum Beispiel 100Sins, Kinoseite.de, Munich's Best, natürlich deine private Seite und dein, ich nehme mal an, Flaggschiff-Projekt für Gmedia. Erzähl uns doch mal generell, was tust du den lieben langen Tag so? Wie kommt es, dass du so viele Sachen initiierst und gründest? Fang doch mal an. Naja, angefangen hat eigentlich alles damals an einem verregneten März-Tag 2004, also inzwischen schon über zehn Jahre her. Und damals ist die Idee für Kinoseite.de geboren, aus der Tatsache heraus, dass ich mit ein paar Freunden zusammen einfach sehr, sehr oft ins Kino gegangen bin. Und wir waren bestimmt, ja, ich sage jetzt mal jede Woche ein-, zweimal im Kino. Und wenn mal jemand nicht dabei war, wollte der natürlich wissen, wie der Film war. Und dann kam die Idee, naja, lasst uns doch einfach eine Website machen, die zu jedem Film, den jemand von uns anschaut, einfach einen kurzen Satz veröffentlicht. Ob der Film gut ist, ob der Film sehenswert ist und ob sie ihn sich die anderen anschauen sollten. Über die Monate hinweg wurden die Texte immer länger, die Aufrufzahlen immer höher. Irgendwann wurden dann die PR-Agenturen auf uns aufmerksam und über die Jahre hinweg haben wir dann auch ganz viele Interviews mit internationalen Stars geführt. Wir wurden zu den Pressevorführungen von den Filmen eingeladen, waren dann noch mehr im Kino und haben uns mit diesem Thema ganz massiv beschäftigt. Und 2008 kam dann die Idee, naja, immer nur Kino ist ja auch irgendwie auf Dauer ein bisschen langweilig. Und dann kamen wir auf die Idee für Munichs Best aus der Idee heraus, dass wir gesagt haben, naja, es gibt zwar so ein paar Stadtmagazine, aber wir wollten so ein bisschen in die Richtung, ja, ich sag jetzt mal eine regionale GQ machen. Also ein Lifestyle-Portal mit einem gewissen Premium-Anspruch für München und Umgebung. Und wir haben dann auf dieser Seite Berichte über Restaurants, Berichte über Hotels, über Clubs, über Bars, über alles Mögliche, was in der Stadt München passiert. Alle Dinge, die eben auch so ein bisschen einen gehobenen Anspruch hatten. Wir haben da natürlich dann auch wieder die ganzen Kino-Themen mit eingebunden, weil das natürlich auch ein Thema ist, was auch für Münchner relevant ist. Und haben so eine Art Stadtportal mit geobernerem Anspruch initiiert. Das haben wir dann auch mal ein Jahr lang als Print-Ausgabe noch mitgemacht. Und haben aus dieser Munichs Best-Geschichte heraus dann auch tatsächlich die ersten Veranstaltungen in München ins Leben gerufen. Unter anderem auch eine Event-Reihe, die wir einmal im Monat über zwei Jahre hinweg gemacht haben. Und irgendwann wurden wir mit Munichs Best von den Themen her so überregional schon, dass wir irgendwann gesagt haben, naja, jetzt haben wir so viele überregionale Sachen, jetzt können wir doch auch ein Reiseportal für München machen. Und aus der Idee entstand dann, ich glaube, es war 2010 oder 11, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, entstand dann die Idee für 100 Cents als eben internationales, international ausgerichtetes Reiseportal. Für Leute, die nach München kommen? Nee, schon für Leute, die irgendwo hin in den Urlaub fahren möchten und sich Informationen zu Hotels oder Restaurants und so weiter irgendwo auf der Welt suchen wollten. Ah, okay. Warum Cents? Also schon vom englischen Sünde? Ja, ja. Also so aus dem Gedanken heraus, dass schöne, teure Hotels ja auch so ein Stück weit Sünde sein können. Und gute Restaurants sowieso. Und ja, so kam dieser Name irgendwo zustande. Ja, und dann habe ich damals 2012 in der Unternehmenskommunikation der Sana Kliniken AG angefangen und war da im ganzen Konzern für den Bereich neue Medien, digitale Medien verantwortlich. Und habe mich dann noch mehr als vorher, also ich war davor schon sehr tief in den Themen drin, weil ich die ganzen digitalen Medien natürlich auch für die ganzen Portale genutzt habe, aber habe mich da dann noch intensiver auch mit Social Media aus Unternehmensperspektive beschäftigt, aus Konzernsicht beschäftigt, auch mit einer Marketingbrille. Und dachte mir dann, naja, wenn ich jetzt mich so viel mit diesen Themen beschäftige und sowieso schon so viel schreibe generell, kann ich auch darüber noch schreiben. Und dann ist daraus die Idee entstanden, damals noch zusammen mit dem Severin Lux, der eine Online-Agentur in München hat, zusammen einen Blog zu gründen. Und da ist Social Secrets entstanden. Und aus der Idee von Social Secrets heraus entstand dann wenige Monate danach eine Event-Reihe eben mit dem Namen SNMUK, weil wir gesagt haben, jetzt lesen uns online schon so viele Leute, dann könnten wir die ja auch mal offline zusammenbringen. Hm, großartige Geschichte, auch alles so schön stringent verknüpft. Klingt gut. Ja, großartig. Ja, so viele Fragen, die mir gerade auf den Kopf gehen, weil du so viele Projekte angeschnitten hast. Ich will jetzt einfach kurz zurückgehen. Und du hast gesagt, du hast Filmstars oder Kino-Bekanntheiten interviewt. Einfach nochmal, weil es mich persönlich interessiert, was war das coolste Interview, was du auf kinoseite.de geführt hast? Coolste Interview, da muss ich gar nicht lange nachdenken, weil da hängt hier direkt neben meinem Schreibtisch noch eine Zeichnung mit Widmung von ihm. Das war damals Matt Groening, der Bünder der Simpsons. Wow. Und der war damals zum Kinostart von dem letzten Simpsons Kinofilm in München. Und da haben wir uns unterhalten und das war wirklich, der war ziemlich cool. Aber es gab auch andere, die nicht schlecht waren. Auch ein George Lucas zum Beispiel. Nein, das ist nicht George. Nein. Das macht neidisch. Das macht neidisch. Definitiv. Darf ich glaube, Christoph, da muss ich einkritischen, wenn er George Lucas erwähnt, muss ich fragen, wie, was, wo, wann. Ich bin einfach ein riesiger Star-Wars-Nerd. Los, erzähl mir mehr, bitte. Wir vergessen kurz das Thema der Show. Das war damals, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, ich glaube 2006, ich weiß gar nicht, wann ist Star-Wars-Episode 3 ins Kino gekommen. Und wir waren damals zur, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Deutschland- oder Europa-Premiere war in Berlin. Und haben die damals, ja, im Rahmen der Premiere alle gesprochen. Also auch, wir haben auch Christopher Lee gesehen. Wow. Es war kein Interview draus geworden, aber kurz geredet. Und mir fällt gerade der Name des Star-Wars-Produzenten nicht mehr ein. Rick McCullum kann das sein? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Den hatten wir auch im Interview. Genau. Sehr, sehr cool. So, gut, das war der kurze Ausflug in die Star-Wars-Galaxie. Jetzt, Christoph, darfst du deine Frage wieder stellen. Entschuldigung. Da würde mich direkt interessieren, wie seid ihr an die Damen und Herren rangekommen? Sind die wirklich, also ihr wurdet zu den Premieren eingeladen und so, über euren Blogaktivitäten auf Kinoseite.de. Aber wie kommt man dann tatsächlich an die Personen, an die Interviews ran? Habt ihr da Taktiktipps? Naja, also man muss dazu sagen, es war damals natürlich auch noch so ein bisschen diese Goldgräberstimmung, was Online-Medien anging. Ja, klar. Es gab in der Zeit noch keine oder nur sehr wenige Agenturen, gerade in dem Bereich, die sich wirklich nur mit Online beschäftigt haben. Inzwischen gibt es die. Damals aber noch nicht so richtig. Damals hat es die klassische Presseagentur des Filmverleihers oder eben auch die Presseabteilung des Filmverleihers gemacht. Jetzt waren die natürlich nicht unbedingt die allergrößten Experten auf dem Gebiet und waren da immer, waren da aufgeschlossen für Menschen, die, ja, ich sage jetzt mal proaktiv auf sie zukommen. Und wir waren sehr proaktiv und sind auf die Leute zugekommen, haben mit den Leuten gesprochen, hatten, ja, einen regen Kontakt mit denen allen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und wir waren auch immer verfügbar, also waren damals noch, ja, fast alle noch Schüler. Wir hatten also eine Menge Zeit und waren also auch mal verfügbar, wenn zum Beispiel ein Interviewtermin mit jemandem war, wo nicht so viele Interesse hatten, wo die also sehr froh waren, dass überhaupt jemand kam. Und wenn man dann natürlich denen da auch mal einen Gefallen tut, dass man dann dahin geht, dann tun die einem dann auch wiederum einen Gefallen, wenn man dann mal woanders hin möchte. Kürz pro quo, ja. Genau, und so hat sich das entwickelt. Und ja, es waren bestimmt weit über 100 Interviews, die ich selbst geführt habe. Und es war immer spannend, also es waren immer ganz interessante Persönlichkeiten. Auch ein Bernd Eichinger damals noch und Schweiger, um mal ein paar Deutsche zu nennen, eine Veronika Ferres, also ganz viele, genau. Echt beeindruckend, muss ich sagen. Ziemlich beeindruckend, ja. Also die Namensliste ist wirklich stolz, ja. Wenn wir jetzt einen Kinopodcast hätten, glaube ich, hätten wir mehrere Themen, die wir jetzt ihre Folgen lang zerdröseln könnten. Aber ich leite jetzt mal wieder ein bisschen ins Social-Media-Marketing um, also Online-Marketing genereller. Und zwar eben jemand, der so viele Projekte gründet wie du. Du hast sicher dir in den Laufe der Jahre viele Strategien zurechtgelegt. Wie promotest du etwas? Also du kommst mit einer neuen Idee auf den Markt, du launchst die Webseite. Wie schaffst du es, dass viele Leute auf diese Webseite kommen? Einfach hast du da dir in der Zwischenzeit so ein ABC zurechtgelegt, einfach um ein Projekt schnell in die Höhe schießen zu lassen? Naja, so ein richtiges ABC gibt es da, glaube ich, nicht. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass grundsätzlich wichtig ist, dass es keine Regeln gibt. Okay. Also es gibt natürlich schon so ein paar Regeln, aber es gibt jetzt keinen Masterplan, den man immer anwenden kann. Ich glaube, man muss einfach generell immer Ausdauer mitbringen. Was wichtig ist, habe ich immer die Erfahrung gemacht, das Thema Profit erst ganz nach hinten stellen. Und meistens scheitert es, glaube ich, an der Kombination aus Ausdauer und erst mal ohne Profitdenken, weil viele wollen einfach schnell Reichweite und schnell Geld verdienen. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Zumindest habe ich das noch nie so erlebt. Wichtig ist immer, erst mal Zeit mitbringen, erst mal eine ganze Menge Motivation und Leidenschaft mitbringen. Und wenn man das wirklich durchzieht und man auch eben verschiedene Dinge ausprobiert, experimentiert, auch nicht immer Angst vorm Risiko hat, sondern einfach mal macht, dann funktioniert es am Ende auch irgendwann. Also es sind ja auch so Sachen wie bei Social Secrets, einfach mal sagen, wir machen eine Veranstaltung. Wir haben damals im Oktober 2012 das erste Event in der Niederlassung in München gemacht, also die gleiche Location wie bei dem Abend mit Dorothee Bär. Und wir wollten eigentlich nur einen kleinen Tisch reservieren für 20 Leute oder so. Und dann kamen so viele Anmeldungen auf einmal, dass ich den Alex, den Besitzer der Bar, dann noch mal kurz vorher anrufen musste und sagen musste, wir brauchen jetzt doch den ganzen Laden. Und aus dieser ganzen Geschichte, aus den Events heraus, aus ganz vielen natürlich auch, ja, das klingt immer so ein bisschen böse, aber so ein bisschen Eigenmarketing ist natürlich auch mit dabei, dass man halt schaut, dass man auch mal woanders einen Gastartikel schreibt, dass man schaut, dass man vielleicht auch mal irgendwo, ja, mal eine Pressemitteilung rausschickt, wenn man irgendwelche besonderen Themen hat, die man gerne ein bisschen breiter streuen möchte, dass man versucht, viele Interviews zu führen und Gastautoren einzuladen, weil man natürlich auch so ein bisschen darauf hoffen kann, dass wenn man, haben wir zum Beispiel am Anfang auch ganz extrem gemacht, dass wir viele Interviews mit, mit wirklichen, ja, Influencern in dem Bereich, in dem Themenbereich geführt haben, immer natürlich zum einen aufgrund des Interesses an deren Meinung, aber natürlich auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass natürlich jeder, der irgendwo ein Interview führt, dieses Interview auch gerne über seine Kanäle teilt und damit natürlich wieder Reichweite erzeugt. Ein Konzept. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar technische Sachen, auf die man achten sollte, dass die Seite Zoom-Maschinen optimiert ist, dass man irgendwie versucht, zum Beispiel in Google News reinzukommen, das war für uns immer ein ganz großer Erfolgsfaktor, sowohl bei Munich's Best seinerzeit, als auch bei Social Secrets, wobei das inzwischen sehr schwer geworden ist, aber auch darüber lässt sich Traffic generieren. Und man muss einfach immer viele Dinge ausprobieren. Heute arbeiten wir bei Social Secrets auch ganz gezielt mit Facebook-Ads für bestimmte Beiträge, wo wir ganz gezielt auch Custom Audiences erstellen, wo wir genau die Zielgruppen auswählen, die für uns relevant sind, die wir haben möchten, von denen wir mehr haben möchten, in Städten, wo wir noch nicht so stark sind, die mehr pushen und so weiter und so fort. Dass man da eben versucht, so ein bisschen zu steuern. Aber das ganze Thema Facebook-Ads und so weiter ist natürlich auch was, was man erst machen kann, wenn man irgendwo ein bisschen Geld hat. Klar, da braucht man ein Budget. Ja, aber auch da, ich habe am Anfang von Social Secrets auch ganz viel eigenes Geld da reingesteckt. Ich habe erst mal privat investiert und gepusht und gepusht und ja, irgendwann hat es funktioniert. Und Social Secrets selbst, wenn man jetzt mal wirklich nur Social Secrets betrachtet, wenn man es ganz wirtschaftlich betrachtet, ist Social Secrets, eigentlich verdient Social Secrets selbst kein Geld. Okay. Aber über die Veranstaltungen und über natürlich auch, ich wäre fast gelogen, wenn ich das leugnen würde, natürlich auch über Kunden, die ich über Social Secrets befürcht, Media generiere, darüber lässt sich dann Geld verdienen. Aber ich glaube, gerade wenn man mit einem Blog irgendwo Geld verdienen möchte, muss man sich auch klar darüber sein, dass man auch ganz neue Wege für sich ganz individuell rausfinden muss, wie man da Geld verdient. Weil bis man mal einen Euro über Google-Apps verdient hat, da geht eine ganze Menge Zeit. Das heißt, einfach innovative Ideen einfallen lassen, auch mal was riskieren. Und wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht. Und dann kann man einen anderen Weg ausprobieren. Aber wichtig ist, einfach immer wieder was probieren, immer wieder was riskieren. Und irgendwann ist was dabei, was funktioniert. Also in der Kurzzusammenfassung, hochmotiviert sein und das Risiko nicht scheuen. Genau. Und Ausdauer mitbringen. Und Ausdauer mitbringen. Ja. Ja. Christoph, du oder ich? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, bei welchem Punkt wir jetzt sind, weil Daniel hat unsere Punkteliste mittlerweile schon durcheinander gewirbelt. Das Ding ist, er hat auch so viele neue Punkte aufgebracht, wo ich einfach einhaken möchte. Es ist... Dann hakt doch mal. Ja, pass auf. Und zwar ist das ein bisschen spezifischer eben, du hast gesagt, Blocken monetarisieren. Also ich denke, wir haben auch viele Zuhörer, die eben überlegen, ah, starte ich einen Block. Und du hast gesagt, ja, wenn man einen Block heutzutage monetarisieren will, muss man sich andere Wege überlegen. Also quasi weg von den, klassischen Display-Ads, Google-Ads, etc. Hast du einfach ein Beispiel, das da draußen, muss unbedingt nicht von dir sein, aber einfach umgesetzt wird, wo du sagst, so könnte es funktionieren, finde ich, haben die Jungs und Mädels gut gemacht. Finde ich eine tolle Idee, wie man aus einem Block, vielleicht von seinem Block einfach leben kann. Hast du da was zur Hand, eine Idee oder ein Beispiel? Ja, es gibt ja immer verschiedene Wege. Wenn man sich wirklich nur in seinem eigenen Block-Kosmos, also wirklich nur ganz klassisch mit dem Block beschäftigen möchte und darüber Geld verdienen möchte, gibt es auch Wege. Man kann natürlich sich über diese ganzen diversen Artikelplatzierungsagenturen Geld verschaffen, indem man eben Sponsored Posts, Promoted Posts veröffentlicht, schreibt. Das ist ein Weg, wie man Geld verdienen kann. Kann man jetzt gut finden, kann man nicht gut finden. Ich finde es dann okay, wenn man wirklich kennzeichnet, dass es ein Sponsored Post ist. Obwohl das ganz klar ist, ist es für mich eigentlich nichts anderes, als eine Werbeanzeige, die auch noch redaktionell verpackt ist und nicht so nervt wie eine Werbeanzeige, dann finde ich es okay. Aber das Thema muss auch passen. Also es bringt jetzt nichts, wenn man über ein Thema schreibt, wo man sagt, das liegt mir so fern, die Meinung, die ich da vertreten muss. Dieses Produkt finde ich eigentlich total beschissen. Dann sollte ich auch nicht für Geld darüber schreiben, wenn das gut ist. Also man muss seiner Meinung schon irgendwo treu bleiben. Das ist immer ganz wichtig, weil Reputation und Glaubwürdigkeit aufbauen dauert immer ganz lang. Aber man kann die auch in wenigen Stunden mit einem Beitrag wieder verlieren. Deshalb, man muss sich schon immer seiner Linie treu bleiben, aber dann kann man auch sowas wie Sponsored Posts machen. Wenn die thematisch passen, wenn die ehrlich sind, dann ein Stück weit und klar gekennzeichnet. Natürlich kann man auch mit Google Ads Geld verdienen. Nur da muss man wirklich Reichweite, Reichweite, Reichweite und Reichweite haben. Und davor braucht man überhaupt nicht drüber nachdenken. Man kann die schon mal mitlaufen lassen, aber dann sind sie mehr störend als anders. Was auch immer ein Weg ist, sind solche Sachen wie Micropayment-Ansätze. Kommen meiner Meinung nach immer mehr. Also ich bin zum Beispiel auch gerade am überlegen, was man damit mal experimentieren könnte. Du meinst jetzt Content hinter eine Paywall setzen? Also quasi, hey, hier, wenn du meinen coolen Content haben willst, dann zahl doch ein bisschen für. Also ich finde es falsch, wenn man es pauschal macht. Also wenn man wirklich sagt, alle meine Beiträge kosten ab jetzt Summe X oder man muss ein Abo abschließen oder was auch immer. Was ich sehr gut finde, wie es zum Beispiel ein Richard Gutjahr in Kombination mit Laterpay momentan macht, dass er sagt, bestimmte Beiträge, die mich besonders viel Zeit gekostet haben, die besonders inhaltlich wertvoll sind oder sonst irgendwie einen zusätzlichen Mehrwert bieten oder noch einen größeren Mehrwert bieten als meine normalen Artikel, die setze ich hinter eine Paywall und verlange dafür ein paar Cent bis zu einem Euro. Und lege davor aber eine Zusammenfassung, sodass sich jeder erstmal durchlesen kann, ob das überhaupt irgendwie relevant für den ist. Genau, man muss ja irgendwie auch ein bisschen teasern, man muss die Leute ja auch locken. Also die müssen sich ja vorher informieren können, was kaufe ich denn da überhaupt. Und sowas kann immer dann funktionieren, wenn der Content natürlich sehr gut ist und wenn die technische Lösung, die für diesen Micropayment-Ansatz eingesetzt wird, extrem einfach zu bedienen ist. Da hat Laterpay zum Beispiel den Vorteil, dass man sich erstmal nicht registrieren muss, dass man, ich glaube, erstmal 5 Euro ausgeben kann, bevor man sich einen Account erstellen muss. Ah, okay. Und dann eben einmal gesammelt 5 Euro eben zahlen muss, wenn man dann weiterlesen möchte. Ah, okay. Das heißt, du hast 5 Euro Guthaben, aber du musst, oder 5 Dollar, je nachdem, und du musst diese 5 Euro oder Dollar, dann quasi, wenn du an diese Grenze stößt, dann aber auch retrospektiv begleichen. Ja. Ah, okay. Oder man kann halt nichts mehr lesen. Aha. Also man kann zwar dann auch sagen, ich zahle das nicht, aber dann kann man natürlich auch keine Laterpay-Artikel mehr freischalten. Ja. Okay, das ist ein interessanter Dienst, den kannte ich bisher noch nicht. Ich auch nicht, muss ich sagen, ja. Das ist spannend. Das ist auf alle Fälle spannend. Laterpay.com wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ja. Also die sind auch noch ganz neu. Da hat der Richard Gutjahr zum Beispiel auf der Republika dieses Jahr auch eine interessante Diskussionsrunde und hat es so ein bisschen vorgestellt. Gibt es, glaube ich, auch auf YouTube. Ah, okay. Für alle Interessierten, es ist laterpay.net.com führt auf eine Baustellenseite. Okay. Ja, schon mal danke für die ganzen tollen Tipps. Christoph, du eine Frage? Jawohl, die nächste Frage, die wir da hätten, wäre, du bist auch, also wir haben gelesen, du bist auch Vorstand oder mit einer der Vorstände des Presseclubs München e.V. Wir waren ein bisschen erstaunt, weil Presseclub klang für uns zunächst einmal ein bisschen nach, na ja, sagen wir mal, Web 1.0, weniger nach Social Media. Wie kam es denn dazu? Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es immer falsch ist, Netzwerke nicht zu nutzen, und zwar gar nicht auszunutzen, sondern zu nutzen. In beide Wege. Also sowohl einen Mehrwert mitzubringen, als auch einen Mehrwert zu gewinnen dadurch. Ich bin auch der Meinung, dass es sehr oft passiert in unserer heutigen Zeit, dass gerade die jüngeren Generationen die bestehenden Netzwerke einfach per se schlecht finden, weil sie der Meinung sind, sie werden eingestaubt, sie werden schlecht, werden rückwärts gerichtet und konservativ und sonst irgendwie negativ. Sicherlich ist der Presseclub nicht Heimat der großen digitalen Pioniere. Aber er hat ein Potenzial und dieses Potenzial sind seine über 850 Mitglieder, die allesamt irgendwo journalistisch etwas machen, was ihn auch zu einem der größten Presseclubs in Europa macht. Und das macht es wahnsinnig spannend, weil natürlich diese ganzen Mitglieder ein unglaubliches Potenzial an Erfahrung haben. Und diese Erfahrung ist heute genauso gültig wie vor 20 Jahren, ob mit oder ohne Internet, weil die Grundregeln von Kommunikation, die Grundregeln von Journalismus sind die gleichen wie damals. Und auch die Netzwerke sind in ihrer Struktur ähnlich wie damals. Und ich glaube, dass gerade so etwas wie der Presseclub für beide Seiten, also sowohl für jemanden wie mich, als auch für, ich sage jetzt mal, die ältere Generation eine Bereicherung sein können, weil gerade wenn diese Generationen dort aufeinandertreffen und sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, kann es eine wirkliche Bereicherung für beide Seiten sein. Dann können die voneinander lernen und gerade die jüngeren Generationen lernen dann auch wieder, solche Netzwerke zu schützen und die Erfahrung zu nutzen, die vorhanden ist. Und dafür wurden die ja letztendlich irgendwann auch mal gegründet. Das klingt super spannend, muss ich sagen. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also man kann immer, ich glaube, man hat das schon bei den alten Meistern quasi gesagt, du kannst erst, also Zeitmaler, du musst erst die komplexen alten Methoden verstehen, bevor du es dekonstruieren anfangen kannst. Und ich denke, das kann man fast ähnlich sehen. Social Media ist natürlich kürzer, knapper, vielleicht schneller als die klassischen Medien. Aber ich glaube, wenn man gelernt hat, große journalistische Artikel zu schreiben, ist es dann eher sogar ein leichtes, die wieder runterzubrechen in diese kurzen, schnelllebigeren Medien. Und genau, wenn du vom Presseclub München erzählt hast, wie oft hagt dir, wo kann man, wenn man da interessiert ist, hinzustoßen? Also der Presseclub München macht inzwischen, glaube ich, oder auch schon früher, über 300 Veranstaltungen im Jahr. Die Räumlichkeiten sind am Marienplatz, direkt gegenüber vom Rathaus in München. Das ist da bei dem Hugendubel oben, oder? Genau, richtig. Und dort finden verschiedenste Veranstaltungen statt. Ganz oft Diskussionsrunden, Pressekonferenzen, Interviewabende und solche Sachen. Und da sind einige davon öffentlich. Das sind diese sogenannten Presseclub-Forum-Veranstaltungen und aber auch ein paar andere. Und bei denen kann man auch als Gast vorbeikommen. Die Termine dazu findet man auf der Website des Presseclub München. Und alle anderen sind nur für die Mitglieder. Mitglied kann man dann werden, wenn man irgendwo im journalistischen Presseumfeld, auch übrigens im PR-Umfeld etwas macht und zwei Bürgen hat, also zwei Mitglieder, die dort schon Mitglied sind, also zwei Personen, die dort schon Mitglied sind. Und dann kann man da einen Mitgliedsantrag stellen. Ansonsten finden da ganz viele interessante Veranstaltungen statt. Ich selbst mache da auch viele Abende inzwischen. Habe zum Beispiel vor drei, vier Wochen inzwischen einen sehr interessanten Abend moderiert mit Roland Berger, wo wir mit ihm darüber gesprochen haben, wie er die Wirtschaft momentan sieht und wie er eigentlich zu dem geworden ist, was er ist. Oder zum Beispiel zwei Wochen davor oder eine Woche davor mit Richard Gutjahr und mit Jimmy Schulz von der FDP über das Thema NSA diskutiert. Also da findet ganz viel Spannendes statt und auch ganz viele Themen, die auch für jüngere Generationen relevant sind. Das klingt echt gut. Mal schauen, wie man für mich bürgt. Ja, Christoph, ich glaube, du hast sicher eine Frage. Die nächste Frage. Ich würde fast sagen, beenden wir das Thema Presseclub und gehen weiter. Wieder zurück zum SNMUC. Und zwar, du veranstaltest da auch jährlich eine ganz ausgefallene Veranstaltung in München. Nämlich, du lässt Social-Media-treibende und sonstige Network-Interessierte mit einer Trumbahn durch München fahren. Wie kommt es denn dazu? Also es kam dazu, dass ein sehr langjähriger Bekannter von mir sehr regelmäßig solche Events in Straßenbahnen in München macht. Der macht es meistens mehr unter dem Party-Fokus. Also er nimmt eine Tram, baut da ein paar Bars rein, um DJ-Pult und fährt mit den Leuten durch die Stadt und die trinken und haben Spaß. Was auch schon mal gut gefällt. Absolut. Ich war schon selbst mal in so einer Party dran und es ist ein Erlebnis auf alle Fälle. Ja, absolut. Läuft auch richtig gut bei denen. Und irgendwann saßen wir mal zusammen und dann kam die Idee auf, ob ich das nicht auch mal so als Event machen möchte. Und ich war dann erst sehr skeptisch und habe mir gedacht, meine normalen Gäste bei den Veranstaltungen in der Straßenbahn und dann auch noch irgendwie Cocktails und DJ und danach irgendwo noch weiterfeiern. Ja, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber habe mich dann doch dazu entschlossen, es auszuprobieren. Skeptisch war ich auch deshalb, weil er den Termin, den er vorgeschlagen hat, war letztes Jahr der mittlere Wiesensamstag. Wo ich allein schon deshalb der Meinung war, dass da nie im Leben irgendjemand sich mit uns in eine Straßenbahn setzt. Ja, da wäre ich wahrscheinlich auch von ausgegangen. Aber ich habe es trotzdem versucht oder wir haben es trotzdem versucht. Und am Ende waren dann tatsächlich 180 Leute in dieser Straßenbahn. Respekt, Respekt. Am Wiesensamstag. Ja, es waren auch viele in Tracht. Aha, ja. Das ist so ähnlich. Und ja, es war toll. Also so eine Tram hat natürlich den Vorteil, dass man nicht einfach gehen kann, wenn man sich nicht traut, jemanden anzusprechen. Ah. Die macht nicht alle fünf Minuten die Tür auf, sondern da ist man erst mal gefangen. Und man steht auch noch ziemlich nah aneinander. Das heißt, entweder man steht da vier Stunden nah aneinander und redet mit keinem ein Wort und ist der totale Außenseiter. Habe ich keinen kennengelernt letztes Mal. Oder ist mir auch keiner aufgefallen. Oder man spricht einfach irgendwann mit den Leuten, die da so Schulter an Schulter neben einem stehen. Und wir hatten da eben diese drei oder sogar vier Bars in diese Straßenbahnen gebaut und ein DJ-Pult. Das heißt, wir hatten Musik, wir hatten was zu trinken. Und am Anfang waren alle noch so ein bisschen verhalten und haben sich wahrscheinlich gefragt, wann die nächste Haltestelle kommt, wie das so in der Tram halt normalerweise ist. Und dann auf einmal sind, ja, die Hüllen gefallen. Klingt jetzt ein bisschen anstrecklich. Das Eis gebrochen klingt wahrscheinlich ein bisschen besser. Und die Leute haben sich auf einmal alle miteinander unterhalten. Und so hat man da wirklich, also ich glaube, da kann man wirklich psychologische Fallstudien anstellen. Von Minute zu Minute hat sich da die Stimmung verändert. Und die wurde immer lockerer. Und irgendwann hatte man wirklich das Gefühl, alle Leute, die da drin sind, kennen sich schon seit mindestens fünf Jahren, gehen regelmäßig einen trinken und haben einmal Spaß. Und die letzte halbe Stunde sind wir dann bei lauter Musik, weil alle nur noch Wiesenhits hören wollten. Durch München gefahren. Jeder hat nur noch mitgegrillt. Und jeder hat nur noch gefeiert. Und danach sind wir auch noch in den Club gegangen mit allen 180 Leuten und haben da noch weiter gefeiert. Was jetzt im ersten Moment so ein bisschen klingt wie ein Party-Event, war insofern eigentlich eine Mischung aus Business-Networking, weil man hat sich ja auch kennengelernt. Man hat sich viel unterhalten. Aber man hat im Anschluss auch miteinander gefeiert. Und das ist ja immer so das, was ich eigentlich bei meinen Veranstaltungen immer erreichen möchte und was uns auch ein bisschen abhebt von allen anderen Veranstaltungen, dass man bei uns erstmal, ja, oder nicht erstmal, dass man bei uns eine Mischung hat aus Networking, aus relevanten Inhalten, aus ungezwungenem Networking, vor allem nicht dieses Visitenkarten-Austausch, bis zum Unfall, sondern einfach ungezwungenes Kennenlernen, interessante Inhalte mit Vorträgen in der Regel oder anderen Sachen und anschließend kann man auch noch feiern, wenn man das möchte. Und da lernt man die Leute einfach, in dieser Kombination lernt man die Leute einfach am besten kennen. Weil alles andere ist immer so, naja, man weiß, was der macht und man weiß, wie der heißt, man weiß, wie der aussieht, aber recht viel mehr weiß man von dem eigentlich nicht. Wenn die Leute aber einmal miteinander gefeiert haben, ein bisschen getanzt haben und, ja, was auch immer gemacht haben, dann lernen die Leute sich wirklich kennen und daraus entstehen echte Kontakte. Und, ja, es hat im Januar bei einer Veranstaltung gerade jemand von einer PR-Agentur ganz groß geschrieben, auf Twitter, tanzen wäre ohnehin das beste Networking. Und damit hat er nicht ganz unrecht. Also generell diese lockere Atmosphäre macht es, glaube ich, aus und das ist bei der Tram natürlich ganz extrem und auf engen Raum komprimiert. Und deshalb machen wir das dieses Jahr wieder und ich gehe davon aus auch nächstes Jahr und das Jahr drauf, weil es einfach einen riesigen Spaß macht und ich das jedem nur ans Herz legen kann. Wunderbar. Auf Twitter tanzen. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Wann ist denn das nächste SNMUC Social Tram Event? Das ist am 15. November und die Infos dazu bekommt man auch unter tram.snmuc.com Wunderbar. Ja, eine Frage hätte ich noch und zwar hast du es ange... Also eine Frage, bevor wir jetzt unseren 10 genialen Geheimtipps kommen, hätte ich noch eine Frage vorher und zwar hast du auch ja letztes Mal in der Niederlassung uns erzählt, dass du für das kommende Jahr noch was ganz Großes vorhast. Also was sogar noch größer wird als die Social Tram. Magst du einfach ein paar Zahlen dazu verlieren? Ja, dieses Babyfilm nächstes Jahr Oktober, also Oktober 2015, heißt 48 Forward und soll ein Kongress werden, der sich rund um den Themenkomplex digitale Zukunft, digitale Zukunft der Kommunikation, aber auch digitale Lebenszukunft, wenn man das so nennen möchte, drehen soll und ja, wir werden diesen Kongress für zwei Tage ansetzen. Auch da zählt so dieses Credo lockere Atmosphäre, ungezwungenes Networking, interessante Inhalte, aber eben auf zwei Tage ausgedehnt mit 500 Gästen, sehr interessanten Speakern, die wir ja demnächst teilweise auch veröffentlichen werden und da kommt auf jeden Fall eine große Sache auf uns zu, die auch mindestens in ganz Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen wird und eigentlich auch über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus sich einen Namen machen soll. Das sind große Worte. Ja, wir haben auch von einem Event in London gehört, dass das SMUC nach London einen kurzen Besuch abstatten wird. Ist da was dran? Stimmt das? Ja, Ende Oktober werden wir ein tatsächlich ganz kleines Event in London machen unter dem Namen SNLON. Euch gehen die Abkürzungen nicht aus, ich sehe schon. Genau, genau. Und ja, möchten auch in London regelmäßig ein Event machen. Das wird sich dann wahrscheinlich im nächsten Jahr in größerem Rahmen wiederholen. Wir werden auch ab Oktober regelmäßig in Hamburg Veranstaltungen machen, zum Beispiel jetzt am 29. Oktober wird da die erste Veranstaltung sein mit ganz spannenden Speakern. Also der Thomas de Boer, Managing Director bei Twitter Deutschland wird da sein. Carolina Schmidt wird da sein, die Country Managerin für den deutschsprachigen Raum bei Airbnb ist. Wir werden jemanden von Facebook mit dabei haben und wir werden auch noch den Nico Lummer mit dabei haben. Und am 6.11. werden wir dann mit SNBER, also dem Berliner Ableger, zum ersten Mal in der Hauptstadt sein. und auch dort dann regelmäßig Veranstaltungen machen. Wie machst du das? Organisierst du das wirklich alles selbst? Fährst du dann selbst zu den Veranstaltungen oder hast du da Teile, ich sage mal, in Anführungszeichen outgesourcet an bekannte, Freunde, Mitarbeiter? Also wir machen das alles mit einem, ja, ich sage mal, ja, inzwischen festen Münchner Team. Also wir organisieren alles auch von München aus. haben natürlich vor Ort Partner für die Locations und solche Sachen, aber die Organisation der Veranstaltung läuft komplett von uns und zum größten Teil tatsächlich bei mir. Du bist dann also auch bei jedem Event vor Ort, oder? Also du wirst dann nach London fliegen, nach Berlin mit dem Zug oder auch fliegen und... Ja. Ah, okay. Ach, es geht traumhaft. Jede Veranstaltung moderieren und auch selbst vor Ort sein natürlich, genau. Cool. Kannst du schon einen kurzen, du hast es vorher so ein bisschen angeteast, dass ihr bald jemandem bekannt geben werdet, einfach so grob umreißen, hast du einen, nicht einen Namen, aber kannst du jemanden beschreiben, irgendwie so einen kleinen Teaser uns geben für dein großes Event 2015? Naja, also grundsätzlich werden die Speaker alle keine Unternehmen vorstellen. Also Ziel ist es wirklich, eine Veranstaltung hinzustellen, die keine Unternehmenspräsentationen haben wird. Die Idee ist, es soll nicht so sein, dass ein Unternehmen XY sich auf die Bühne stellt und sagt, wie toll sie mit digitalen Medien umgehen. Das ist aus meiner Sicht einfach völlig ausgelutscht. Das macht jeder Kongress und das ist meistens hört man die gleichen Geschichten immer wieder und immer wieder. Das heißt, die Speaker, die kommen, werden alle etwas wirklich über Trends, über Visionen, über Prognosen erzählen. Die werden versuchen, einen Ausblick zu geben, wie die Welt in 10, in 5, 10 oder 20 Jahren aussieht, wie sich unsere Kommunikation verändert und wie das Ganze sich entwickelt. Das können so Fragen sein, wir haben auch schon eine Website dazu gemacht, da stehen zum Beispiel Fragen drauf, wie werden wir in 20 Jahren immer noch Smartphones nutzen oder werden wir alle nur noch virtuell arbeiten in der Zukunft oder wie wird Facebook im Jahr 2050 aussehen, wird es überhaupt noch geben oder wie kommunizieren wir dann miteinander und lauter solche Fragen sind, glaube ich, unglaublich spannend und Ziel ist es, Leute zu finden und zusammen zu bringen, die da Einblicke geben können. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend, also ich glaube, ich werde mein Ticket bestellen, sobald es geht. Das geht mir ähnlich, das geht mir ähnlich. Und er gibt uns dafür kein Geld, das zu sagen, er hat uns gerade wirklich überzeugt. Ja, du hast jetzt wirklich so viel erzählt und ich könnte noch an so vielen Stellen einhaken, aber einfach mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir müssen fast zu den elf genialen Geheimtipps übergehen, also die Tipps, wie man zum Social Genius wird. Christoph, magst du die erste Frage stellen? Ich fange mit der ersten Frage an. Wunderbar. Nenn uns doch bitte kurz ein Tool, das dir deinen persönlichen Arbeitsalltag erleichtert, das dir täglich hilft, mit dem du arbeitest. Also ein Tool, mit dem ich wirklich täglich arbeite, ist FoodSuite. in der Pro-Version einfach über die Jahre hinweg tatsächlich ja so ein bisschen mein Lieblingstool geworden, vor allem im Hinblick auf Publishing, also um die ganzen verschiedenen Kanäle zu bespielen. Was ich mit FoodSuite aber nicht mache, ist das ganze Thema Community Management. Da setze ich mein Vertrauen nach Ingolstadt auf den Social Hub, die da wirklich eine tolle Lösung entwickelt haben, um die Tickets strukturiert abzuarbeiten. Hootsuite und Social Hub aus Ingolstadt. Zweite Frage. Ein Tipp, um seinen Tag besser zu strukturieren. Also einfach, was hilft dir bei deinen tausend Projekten, einfach einen kühlen Kopf zu behalten, nichts unter den Tisch fallen zu lassen und on top of things zu bleiben. Also ein Tipp, an den ich mich selber immer wieder erinnern muss, ganz, ganz, ganz viele Notizen machen. Also ich bin so ein Mensch, ich habe die ganze Zeit irgendwelche Ideen und dann fällt mir hier wieder eine Lösung ein und da wieder was ein. Einfach die Dinge sofort ausschreiben, sonst vergisst man sie. Und da gibt es auch ein Tool, was jeder kennt. ich vertraue da ganz stark auf Evernote und schreibe da alles rein oder mal Sprachnotizen von allem, was mir irgendwie einfällt, um nichts zu vergessen. Und ich glaube, das ist wirklich so ziemlich das Wichtigste. Es gibt dann noch so ein paar mehr Dinge, dass man sich wirklich auch einen Plan versucht zu machen, was man sich für den jeweiligen Tag vornimmt, was sehr wichtig ist, was nicht ganz so wichtig ist, was man vielleicht auch noch am nächsten Tag machen kann oder was jemand anders machen kann. Das sind so diese verschiedensten Sachen. Da gibt es ja auch diese Eisenhauer-Matrix zum Beispiel, die da sehr hilft. Wobei ich da ehrlich sagen muss, ich finde diese ganzen Sachen toll, die es da gibt. Aber ich, ja, ich versuche sowas immer irgendwie durchzuhalten. Aber ich, ja, da schlägt dann irgendwo wieder so der Alltag und die Faulheit zu. Aber was ich, was wirklich wichtig ist und was ich auch mir immer wieder eintrichtere, ist einfach alles aufschreiben, was einem einfällt. Irgendwann braucht man es wieder. Jawohl, sehr guter Tipp. Dann machen wir doch gleich die Frage 3. Du hast drei soziale Netzwerke zur Auswahl. Eines dürftest du abschalten, auf einem dürftest du täglich arbeiten und von einem dürftest du CEO werden. Welche wählst du denn aus? Also, auch wenn es mir ein bisschen weh tut, abschalten würde ich, dann glaube ich tatsächlich Google Plus. Okay. Weil ich da am wenigsten aktiv bin. Täglich arbeiten würde ich dann wahrscheinlich auf Twitter und CEO würde ich, glaube ich, schon gern von Facebook werden. Weil da einfach so eine Masse an Usern dahinter steht, mit der man so unglaublich viele Dinge machen kann, was ich an der Stelle, glaube ich, einfach am spannendsten finden würde momentan. Okay. So, jetzt, nachdem du quasi drei bestehende Netzwerke nennen, musstest die Frage, wenn du ein eigenes soziales Netzwerk gründen könntest oder solltest, was würde dein soziales Netzwerk aussehen? Wie würde es sich vom Rest abheben? Was sind die Kernfeatures davon? Ich glaube, das wäre eine Mischung aus Facebook und LinkedIn mit komplexeren Funktionen für Events und Ticketverkauf und solche ganzen Sachen. Mischung aus Facebook und LinkedIn deshalb, weil die Verschmelzung von Business und Privat in einer technischen Lösung bisher noch nicht so wirklich funktioniert und ich es einfach wahnsinnig angenehm fände, wenn ich nur noch einen Kanal hätte, bei dem ich ganz gezielt, bei dem ich zum einen wüsste, es sind beide Kontakte da und ich kann auf beide zugreifen und mit beiden arbeiten, ohne dass ich zwei Netzwerke dafür brauche. Okay. Wunderbar. Dann die nächste Frage. Gibt es eine Person, von der du im Social Media Bereich oder generell sehr viel gelernt hast, einen Mentor beziehungsweise ein Vorbild von dir? Da fällt mir so direkt niemand ein. Es gibt natürlich ganz viele Leute, von denen man ganz gerne ganz viel liest, wo man sich auch immer wieder so die ein oder andere Sache rausnimmt, wo man sagt, das ist wirklich mal ein toller Tipp. Aber ich glaube, um jetzt wirklich ein Vorbild zu haben oder jemanden zu nennen, der einem viel beigebracht hat. Dafür bin ich glaube ich zu sehr Autodidakt, der sich die Dinge irgendwie selber erklärt oder zumindest versucht, sie sich selber zu erklären. Deshalb wüsste ich da spontan niemanden. Nee, musst du auch nicht unbedingt. Bei der nächsten Frage will ich jetzt von dir eine Antwort, du musst die Hosen runterlassen. Und zwar, was ist dein größter Misserfolg im Bereich Social Media? Also mal so ein richtiger Fauxpas, was hast du da mal verbrochen? Schwierig. Also was ich heute vielleicht ein bisschen anders machen würde, wobei, nee, eigentlich würde ich das nicht anders machen. Also gut, du kannst natürlich eine weiße Weste haben, so ist es nicht. Also ich müsste wirklich überlegen, aber so spontan fällt mir jetzt nichts ein, wo ich wirklich sage, Mist, nee, das war wirklich ganz große Scheiße. Ich würde vielleicht auf die ein oder andere Sache ab und so ein bisschen weniger emotional oder weniger unüberlegt reagieren, das sicherlich schon. Es gibt ja dann durchaus mal so Situationen, in denen man sagt, das nervt einen ganz gewaltig, was da so an Kommentaren kommt, reagiert man auch gerne mal ein bisschen ungehalten darauf. Ja, aber nee, so ein richtiges Beispiel habe ich da jetzt eigentlich tatsächlich nicht im Kopf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du für die nächste Frage ein Beispiel hast oder zumindest einen Punkt anbringen kannst. Was ist denn dein größter Erfolg? Was würdest du denn als deinen größten Erfolg bisher sehen? Also zu den größten Erfolgen würde ich sicherlich die Veranstaltungen zählen, die sich eigentlich nur über Facebook am Anfang vermarktet haben. Also die SNMUG Veranstaltungen vor allem, die von Anfang an sich wahnsinnig gut entwickelt haben, einfach nur durch Viralität und auch durch Facebook Ads, muss man sagen. und die Kombination aus viraler Verbreitung und Facebook Ads als Unterstützung, das war schon eine richtig gute Sache, die wirklich gut funktioniert hat. Ich merke schon, ich glaube, wir müssen dich irgendwann mal zu dem Thema Facebook Ads noch mal einladen. Ich habe mir das nicht auf meinem Zettel schon zweimal notiert, in so eine Strichliste langsam angefangen zu führen. Von daher, ich glaube, irgendwann, wenn wir mal über Custom Audiences, Facebook Ads und dich gerne wieder dazu einladen. Gerne, gerne. Nächste Frage, und zwar die coolste Marketing Aktion, die du im Social Netz jemals gesehen hast, also wirklich, das hat dich aus den Socken gehauen. Es ist mehr so eine Kommunikations Aktion, die aber auch ganz viel im Social Bereich gelaufen ist. Was ich bis heute grandios finde, ist die ganze Geschichte rund um Felix Baumgartner und was das Bull damals auf die Beine gestellt hat. Weil die es ja tatsächlich geschafft haben, dass sich stundenlang Leute vor den Fernseher gesetzt haben und einfach nur dieser Kapsel zugesehen haben, wie sie da hochsteigt. Unterlegt mit 25 Wiederholungen, wo erklärt wird, was da eigentlich passiert. Und die Leute saßen in unglaublich großen Zahlen vor ihren Fernsehern und haben sich das angeschaut. Und es ist mir bis heute nicht klar, wie die das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall war oder ob das wirklich durchstrukturiert geplant war. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber das ist wirklich so eine Aktion, wo ich sage, Hut ab, besser kann man es nicht machen. Besser geht gar nicht. Ich glaube, wir müssen die Frage unmodeln, weil wir haben die Antwort bei zwei Interviews jetzt zweimal gehört. Die Red Bull Stratos 4 Aktion, die wurde bisher schon mal gebracht. Und sie war zugegebenermaßen tatsächlich sehr beeindruckend. Das muss man ihnen voll und ganz lassen. Großartig. Ja, schieß los, mach du die nächste. Die nächste. Eine Buchempfehlung aus dem Bereich Social Media. Hättest du da was für uns? Ja, da habe ich tatsächlich was. Und zwar habe ich dieses Buch selbst auch auf Empfehlung gekauft, weil ich irgendwann Anfang des Jahres zusammen mit dem Enrico Hanisch von Audi zusammen auf der DLD saß und in einem Vortrag, in einer Vortragspause habe ich irgendwie auf Amazon nach Büchern gesucht und dann sagte Enrico zu mir, wenn du eins kaufst, dann musst du dir Jab Jab Right Hook kaufen von, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht, Gary Vaynerchuk Vaynerchuk ist es glaube ich Vaynerchuk und das Buch finde ich wirklich gut, es gibt einfach einen kompakten, aber doch sehr, sehr guten Überblick über die ganzen Möglichkeiten, die es gibt und das macht wirklich Spaß zu lesen auch von der Formulierung her. Von dem habe ich auch schon öfter gehört, so ein Selfmade Man, ich glaube Millionär über ein Weinunternehmen war das, oder? habe ich das irgendwie richtig abgespeichert im Kopf? Glaube schon. Ich weiß es gar nicht genau. Glaube schon, ja. Ah, okay. Ja, also Jab 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 Right Hook war es das von Gary Vaynerchuk. Genau. Genau. Dann ein Zitat, das dich durchs Leben bringt, also so dein Zitat, das du jedem weiterempfehlen würdest, nach dem lebe ich, nach dem solltest auch du leben. Also ich habe irgendwann mal, das klingt immer so doof, wenn man sich selbst zitiert, finde ich. Ach, das ist völlig in Ordnung. Deshalb sage ich mal zwei Zitate. Eins, bei dem ich der Meinung bin, dass vor mir zumindest so noch niemand gesagt hat, jemand aufgeschrieben hat, aber es zieht sich eigentlich immer irgendwie so quer durch mein Leben und das ist die Aussage, dass wer immer nur anderen folgt, keine eigenen Spuren hinterlassen kann. Und ich glaube, das sagt eine ganze Menge darüber, wie auch eigentlich unsere Gesellschaft teilweise einfach nicht selbst irgendwie was auf die Beine stellt, sondern oft einfach nur den gesellschaftlichen Regeln folgt und immer nur sagt, was andere hören wollen. Und das finde ich grundfalsch. Und ja, ein anderes Zitat, was ich ganz wichtig finde, ist von Gandhi und es geht so, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und es geht eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung, nämlich zu sagen, was andere davon denken, was ich mache, ist mir eigentlich erstmal egal, solange ich dahinter stehen kann. Und wenn ich richtig finde, was ich tue, natürlich wenn es völlig absurd ist, dann sollte man sich vielleicht darüber sich selbst Gedanken machen, aber dass es einem am Anfang wirklich erstmal egal ist, was andere denken. Und wenn einem noch 20 Leute sagen, sagen, dass es nicht so funktionieren kann oder nicht so gehen kann, dass man einfach macht. Und irgendwann, wenn man wirklich etwas mit Leidenschaft macht und dahinter steht, wird es auch Erfolg haben. Und wenn es soweit ist, werden die anderen sich dann auch ganz kräftig in den Hintern beißen. Ja, zwei sehr schöne Zitate und jetzt zur Nummer 11 und damit zu unserem letzten Tipp aus 11 geniale Geheimtipps, wie man zum Social Genius wird. Und die Nummer 11 lautet, gib uns doch mal einen kurzen Tipp, wie kommt man am besten in den Social Media Bereich, in den professionellen rein, wie kommt man in die Szene, wie wird man da professionell tätig? Also was ich generell und da werden mir jetzt viele wahrscheinlich erst mal auf die Finger hauen, was ich schon richtig finde, ist, dass man generell sich das Grundhandwerkszeug aneignet und das im Idealfall auch wirklich im Rahmen von einer Weiterbildung oder so einer Art Kurzstudium oder sowas. Also ich selbst bin zum Beispiel auch als Dozent an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing und erzähle da ganz viel über den Einsatz von Social Media im Unternehmensalltag und das ist so ein Lehrgang, ich glaube, der geht zwei Wochen und da bekommt man von mir und auch ganz, ganz viel, noch viel klügeren Leuten eine ganze Menge erzählt, da ist zum Beispiel auch ein Mirko Lange dabei oder ein Kurzimann Harlinghausen und so weiter, da sind ganz viele ganz schlaue Köpfe dabei, die eine ganze Menge erzählen und ich bin der Meinung, dass man nach so einem Kurs, egal wo der jetzt stattfindet, einfach mal so einen Einblick in die Grundthemen hat und wenn man dieses Grundhandwerkszeug hat, sollte man sich glaube ich extrem viel mit diesem Thema beschäftigen, man sollte ganz, ganz viel selbst ausprobieren, man sollte lesen, 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 man sollte immer am Ball bleiben, was es für neue Entwicklungen gibt, was auch damals der Grund war, warum ich überhaupt mit Social Secrets angefangen habe, weil ich der Meinung war, dass wenn ich viel darüber lese und darüber schreibe, ich das gelesen mir auch selber besser merken kann und ich so noch tiefer in diese Themen reinkomme, was sich dann auch bewahrheitet hat. Also ich glaube es ist wichtig, Grundhandwerkzeug erlernen, ganz viel lesen in Blogs, in News Kanälen, einfach am Ball bleiben, was sich entwickelt, was sich tut, ganz viele Sachen von Unternehmen anschauen, was die so machen und wie auch der Erfolg von den einzelnen Sachen ist. Ja, und dann einfach Dinge ausprobieren, experimentieren und irgendwann merkt man dann glaube ich auch selbst, ob einem das Thema liegt oder nicht und dann kann man auch den Schritt wagen und das wirklich in einem Unternehmen umsetzen. Aber am Ende des Tages ist einfach Erfahrung gerade in dem Bereich das Wichtigste und ich glaube, was auch wichtig ist, was viele immer unterschätzen, ist, das kommt noch vor dem Grundhandwerkszeug, Social Media ist Grundhandwerkszeug für Kommunikation. Ich glaube, wer nicht weiß, wie Kommunikation funktioniert, der wird auch nicht im Social Media Bereich wirklich erfolgreich sein können, weil am Ende fußt alles auf Kommunikation und die sollte man drauf haben, auch aus professioneller Sicht. Interessant, spannend und würde ich so nur unterschreiben. Absolut. Da lässt sich fast nichts mehr hinzufügen. Ja. Wir sind auch am Ende unserer elf genialen Geheimtipps, wie wir waren zum Social Genius. Ich hoffe, die Zuhörer konnten einige, also ich bin mir sogar sicher, dass sie einiges mitnehmen konnten aus diesem Interview. Von daher vielen Dank dafür, Daniel. Sehr gerne. Im Gegenzug möchten wir jetzt natürlich nochmal dir die Möglichkeit geben, einfach, ja ich weiß, es wird bei dir sehr lange dauern, aber so deine wichtigsten Projekte nochmal zu nennen, wo man die findet, wo du die Leute einfach hinschicken möchtest, um mehr über dich herauszufinden und ja genau, legen wir los. Ja, also ganz viel lesen kann man natürlich immer auf social-secrets.com da werden immerhin, ich glaube monatlich so im Schnitt zwischen 80 und 150 Artikel veröffentlicht, das ist eine ganze Menge und auch eine ganze Menge, um am Ball zu bleiben. ansonsten kann ich jedem wirklich nur die Veranstaltungen ans Herz legen, weil man da übrigens auch noch einen Tipp würde ich an der Stelle auch noch hinzufügen zu der letzten Frage, ganz viele Leute kennenlernen, ganz viele Leute sprechen und zu jeder Veranstaltung laufen, bei der man glaubt, man lernt interessante Menschen kennen, weil man von denen lernen kann. Deshalb das zweite Projekt, was ich den Leuten ans Herz legen würde, sind natürlich die Veranstaltungen in München eben snmuck mit snmuck.com in Hamburg snham mit snham.com in Berlin mit snber mit snber.com auch wenn die Seite jetzt dann erst online geht. Ansonsten natürlich nächstes Jahr die 8Forward auch da die entsprechende Domain Ja, und alle, die trotzdem dann immer noch Beratung brauchen, können sich natürlich bei VIRG Media melden und dann helfe ich denen gerne weiter. Genau. Ja, Daniel, war ein klasse Interview, uns hat es sehr gefreut, dass du da warst, mit uns gesprochen hast. Es hat, bisher ist es unser längstes Interview. Ja, mit Abstand. Mit Abstand, aber wenn es viel zu bereden gibt, dann darf das Interview gerne auch mal länger dauern. Warum auch nicht, wir sagen Danke. Danke. Und wir werden es sicher wieder mal in die Show holen. Sehr gerne. Ja, hat mich auch sehr gefreut, Daniel, und würde mich freuen, wenn wir dich sehr bald wieder mal hören und sehen auf einer der Events dürften könnten. Gerne, gerne. Seid immer herzlich willkommen. Wir werden da sein, auf alle Fälle. Also, dann bis zum nächsten Mal. Gerne. Jawohl. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende mitgehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf einem der Kanäle abonniert, sei es iTunes, Stitcher, via RSS-Feed oder auf YouTube. Euer Feedback ist uns natürlich genauso wichtig. Daher schreibt uns eine Rezension und oder eine Bewertung bei iTunes oder lasst uns einen Kommentar auf einem unserer vielen Kanäle. Sei es jetzt die Homepage, Facebook, Twitter, Google+. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einer weiteren Folge des Social Media Marketing Podcast von socialgenius.de. Bis dahin, servus und ciao. Passt.